Fasse niemals ein gut laufendes Video an. Dieses Video habe ich euch vor ungefähr einer Woche gemacht und ich hatte erzählt von einem Experiment. Wir verlinken das Video mal oben in der Infocard, wo ich aus einem gut laufenden Video einen Short mit dem Handy gemacht habe und das dann halt noch veröffentlicht habe. Das heißt, ich habe Ausschnitte aus diesem erfolgreichen Video kopiert. Und wir alle kennen diese Effekte manchmal. Du hast ein Video des Kanals, was plötzlich an die Decke geht. Das dauert ein paar Tage, ein paar Wochen, dann geht es wieder runter. Ich denke, viele von uns haben schon mal solche Effekte gehabt. Einige warten vielleicht auf diesen Effekt, dass er wieder kommt. Und wir haben einen, habe ich schon erzählt, einen halbwegs erfolgreichen Reisekanal. Der hat 2000 Abonnenten. Das ist jetzt nicht viel, aber es ist ganz nett. Es bringt uns ein bisschen mal Geld für Mittagessen ein und so weiter. Aber das ist trotzdem ganz nett. Und jetzt kommt Folgendes. Also ich habe das Video gemacht, wie ich euch berichtet habe. Und eigentlich wollte ich euch das Ergebnis nur in die Kommentare schreiben. Das war aber jetzt so bemerkenswert, dass ich euch das zeigen möchte. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Statistik dieses Videos. Und damit man es besser darstellen kann, habe ich es für die letzten 28 Tage eingestellt. Auch wenn das Video erst veröffentlicht wurde, am 6. Februar, wie ihr hier seht. So, am 6. Februar habe ich es veröffentlicht. Hier seht ihr die ersten Tage. Relativ schwache Ergebnisse. Aber, was heißt so schwach auch nicht, für den Reisekanal schon ganz okay. Mal 800, mal 160 und mal sogar für den ersten Tag 326 Videoaufrufe. Das ist trotzdem ziemlich okay für diesen Kanal, der normalerweise um die 1.500 Aufrufe am Tag bringt. Dann passiert das Folgendes. Dann ging das Ganze nach oben durch die Decke bis hierhin. Bis 4.200 Videoaufrufe an einem Tag für einen Kanal, der normalerweise zwischen 1.000 und 2.000 Klicks bringt. So, dann habe ich Folgendes gemacht und das hatte ich euch in dem Video erklärt. Ich nehme mein Handy, packe das dann, nehme das Video, schneide einen kurzen Ausschnitt raus. Und wir veröffentlichen das nochmal YouTube Shorts, weil ich dachte, okay, der YouTube Shorts Algorithmus liefert es auch an andere Nutzer aus. Um dann halt zu schauen, was passiert dann, kriegen wir vielleicht sogar, können wir diese Reichweite noch steigern. Dann passierte Folgendes. Am nächsten Tag sackte diese schöne steigende Reichweite ab, sich auf 1.300. Und dann habe ich dieses Short auf, zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Video gemacht, dann habe ich das Short auf nicht gelistet gemacht. Habe es also quasi wieder aus der Auslieferung von YouTube vom Algorithmus rausgemacht, weil ich mir dachte, okay, irgendwie scheint dieses Short den Algorithmus durcheinander gebracht zu haben. Oder ich habe es zu zeitig eingesetzt, wie auch immer. Und dann stabilisierte das so ein bisschen auch immer noch auf hohem Niveau, wenn man überlegt, also immer noch so viel, wie der Kanal an sich gebracht hat pro Tag. Und jetzt passiert Folgendes. Danach stieg das Video wieder an und wieder an und wieder an. Und wir sind jetzt am 22. Februar, an dem Mittwoch, bei 22.500 Aufrufen an einem Tag. Davon kann man sich gar nicht so viel kaufen, weil wir haben nur 15 neue Abonnenten gewonnen. Okay, das ist gar nicht so viel. Und auch finanziell, auch wenn wir den Betrag jetzt, weil wir das glaube ich nicht dürfen, den Betrag jetzt euch geschwärzt haben. Aber auch finanziell möchte ich an dieser Stelle sagen, es lohnt sich nicht unbedingt. Es hat jetzt nicht die riesige Menge Geld gebracht, ist schon zweistellig, aber nicht so. Und dann geht es jetzt wieder ein bisschen nach unten. Und wenn wir jetzt hier mal rechts gucken in die Statistik, hier sehen wir, dass es jetzt nicht mehr ganz so hoch ist. Es geht wieder leicht nach unten, heute jetzt auch. Aber es ist so eine Welle da. Und diese Wellen, vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen, die entstehen manchmal bei den Videos, wenn wir sie veröffentlichen. Und es gibt den einen oder anderen, wir haben jetzt gerade auf zwei verschiedenen Kanälen solche Wellen laufen, oder sogar auf drei. Je nachdem, eine für eine nicht ganz so ein hohem Niveau. Aber mich würde mal interessieren, kennt ihr das auch mit diesen Wellen, dass so ein Video gehypt wird? Wie lange kann so eine Welle gehen? Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, hier unter diesem Video. Das war aber mein Update zu dem Thema, fasse niemals ein gut laufendes Video an. Jetzt habe ich es gemacht und jetzt ist es danach wieder nach oben gegangen. Das heißt, die Algorithmen scheinen sich wieder zu erholen, wenn man etwas Störendes rausblendet. Und ich möchte noch eine Erfahrung sagen, die wir mal vor drei Jahren gemacht haben. Da haben wir ein Video von Kunden gehabt, die liefen richtig gut. Dann wurden die uns gelöscht und dann haben wir sie wieder hochgetan. Und wir müssen sagen, dass die Videos, die vorher richtig gut liefen, auch nach einer gewissen Erholungsphase auch gut liefen, obwohl sie uns gelöscht wurden und obwohl man das sagte. Also das heißt, der Algorithmus scheint zu wissen, was die Leute mögen. Und selbst wenn mit diesem Video etwas passiert und man schätzt es dann wieder in der Ausgangssituation zurück, ist jetzt meine These, dann gehen die Reichweitenzahlen auch hoch. Wir werden jetzt gespannt sein. Jetzt werde ich wahrscheinlich kein neues Video zu dem Thema machen, außer es passiert noch etwas sehr Relevantes. Ich werde euch aber das ganze Update mal in die Kommentare, dann schreiben nochmal in der Woche dies jetzt dazu zum Thema und fasse niemals ein gut laufendes Video an und vielleicht auch ein bisschen als Umgang mit den Explosionsvideos. Was man tun kann bei diesen Videos ist, dass man dann Kommentare schreibt. Das würde ich euch nur empfehlen, auf andere Videos zu verweisen, dass man an den Abspannelementen arbeitet. Aber auch selbst an den Abspannelementen würde ich nicht zu viel dran machen. Manchmal kann es ja vielleicht auch sein, dass der Algorithmus erkannt hat, ah, die Abspannelemente sind besonders gut, das Video davor ist gut, die Leute bleiben danach auch noch länger dran, also könnte ich dieses Video ja gut ausspielen. Das wissen wir nicht. Aber man kann vorsichtig was machen an der Videobeschreibung, die würde ich bei gut laufenden Videos nicht anfassen. Wenn ihr andere Erfahrungen habt oder wenn ihr sagt, das könnt ihr bestätigen oder ihr sagt, nee, ich habe bei mir eine Videobeschreibung komplett umgeschrieben von so einem Dauerbrenner und es hat trotzdem funktioniert, das würde ich mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, weil mich interessiert es selber. Jetzt gibt es mal noch ein Video zum Thema Kommentare schreiben im Vorfeld, bevor man ein Video veröffentlicht.